Hallo und herzlich willkommen zu Modul 2. Ich heiße Kai Lüphold und ich möchte mit Ihnen gemeinsam über die unterschiedlichen Ziele, die Akteure und die Interessen im Gesundheitswesen sprechen. Um erfolgreich ein Krankenhaus managen zu können, sollten Sie wissen und verstehen, welche Player im Gesundheitsmarkt eine Rolle spielen. Dabei stelle ich ganz häufig fest, dass gerade bei Oberärzten und Oberärztinnen grundlegende Fragen bestehen, wie eigentlich unser Gesundheitswesen funktioniert. Und genau darüber möchte ich mit Ihnen sprechen. Mein Ziel ist es, mein Wissen mit Ihnen zu teilen. Lassen Sie uns gemeinsam über die Ziele, die Akteure und auch die unterschiedlichen Interessen im Gesundheitswesen sprechen.